Musst du da auf der F1 drücken, ja. Das musst du sagen. Ja, klatsch für dich selbst. Okay, jetzt bin ich mal dran. Jetzt muss ich meine Skits zeigen mit diesem Controller, der jetzt mir gehört. Wer sagt, dass ich das dann abgebe? Yeah, wer sagt, dass ich das dann abgebe? Das ist bei dir so. Bei mir ist es anders. Nein. Ach so, bei dir ist wieder eine Minute abgehen? Ey. Fick. Oha, wer geht da rein? Oha, wer geht da rein? Oha, wer geht da rein? Wer der Beste tut? Du verdammter... Warte. Also weg mit dir, du verdammter Bastard. Ähm. Du. Ey, übertreib nicht. Oha. Ja, will ich jetzt endlich an den Skits zeigen oder nicht? Ey, ich brauche meine Zeit, okay? Pass ich dir auf. Ich muss mich auch mal eingewill... Du... Okay, ich komme weiter, ich komme weiter. Oh, Fick dich. Wie lange will er mich noch ver... Oha, verdammtes Darker... Ich will kein Kommentar von dir hören. Bist du ehrenvoll, Mr. Stark? Was für ehrenvoll, das ist mein Controller, mein Haus, mein Let's Play. Okay, es geht weiter, muss ich, spielt weiter. Dafür hast du ehrenvoll. Heizmole. Egal, ich konnte einfach meines Gehts nie zeigen. Was? Wo ist es so, dass man nur drei macht? Ja, Trilly, das musst du auch wissen. Das war schon den ersten... Ich habe... Das war lange her, das war lange... Wieso darf er durch Feuer laufen? Ich nicht. Ist so heiß. Nein, geil. Ich habe hier eine Minute meine Skills irgendwie gezeigt. Aber nur irgendwie... Verdammt. Mein Geist. Drei reichen oder vier. Übertreib du Eier, Suchti. Schluck sie jeden Tag Eier. Alle verstehen das zweideutig. Ich hasse jetzt schon die Welt. Egal. Bei Super Mario Advance... Warte, wenn ich das... Oh, scheiße. Wenn ich das früher gekauft hätte, Controller. Hätte ich bei Super Mario Advance drei... Nein, ich meine vier nicht so viele Probleme gehabt. Okay, komm. Die erste Blume hast du schon. Jetzt kommt die nächste. Nein, Sterne. Okay, es ist wunderschön. Wunderschöne Sterne, danke. Warte, wenn ihr damit fährt, ist ein Donkey Kong Country, oder? Drei oder zwei? Mir egal. Zwei hätte ich heute... Äh, hätte ich morgen fertig bekommen. Ich glaube, das mache ich auch. Zwei zu Ende morgen. Judo. Wie heißt es wieder? Äh, Hayyuken? Hayyuken. Hayyuken? Okay, die kann ich aber voll leicht hochnehmen. Hä? Übertreibend voll. Hm. Wo bist du? Ich dachte, du bist gerade im Moment unsichtbar geworden. Okay, von uns... Ratte mit Schädelkopf? Warte, ich... Ich kann mich irgendwie an dieses Level erinnern von anderen Let's Plays. Ich kann das nicht nehmen, aber... Nein, das ist nicht. Nur einfach noch die... Irgendwas ist mit der Ratte. Das kann nicht sein, dass sie einfach nur da ist und eingesperrt ist. Guck, jetzt... Jetzt wo du sie nimmst. Achso. Was haben sie die Endwickler dabei gedacht, eine Ratte einzuspielen? Die Endwickler sind sowieso böse, die sind sowieso böse. Dün, 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 dün. Weiter ist ne Rukumusis. Hm? Weiter ist ne Rukumusis. Ach, komm. Die müssen gleich nach der Aufnahme aufhören. Die müssen ja bald los. Guck mal, wie spät es ist. Dün, 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 dün. Ey. Was willst du machen? So. Könnte man das auch nicht mehr locker mit deinem Ei machen? Ja, aber man weiß ja nicht. Ist klar, dein Bestbeschläger ist so stark, ist klar. Warte, wo ist das jetzt? Der schützt sein Leben da oben, aber richtig. Ah, ah, was? Bei mir ist das so richtig schnell passiert, in einer Minute. Oh, now. Egal. In diesem Spiel, gebe ich zu, bist du besser. Gebe ich zu. Da bist du wirklich besser. Halt's Maul. Aber das hängt auch davon ab, dass du das Spiel auch von früher kennst. Ich hab's noch nicht gesagt. Das ist blind für mich. Richtig blind. Gefeuer. Feuer. Kann man die nicht schlucken? Mh-mh. Wieso nicht? Okay, kann man nicht. Oh, shit. Aha, mein Plan ist aufgegangen. Ist gar nicht. Doch, ich wollte mir kurze Verwirrung stiften. Okay. Hm, eine bewirft sich mit Eiern. Ganz nett von ihm hier. Nee, wie weiß ich die, was ich da hier dazu sagen soll. Los, dass er was ist. Oh, Mann. Das reicht nicht so. Jetzt weiß ich, wie ich mich gefühlt habe in dieser eine Minute, wo sie mich alle hochgenommen haben. An wenig. Ja, er lacht auch gerade mich aus. Was, ich hab noch nichts gemacht. Tue nie so. Guck, habt ihr das gehört, dieses coolste Lachen in seiner Stimme? Ha, ha, ha. Okay. Egal, du kennst dich einfach mit dem Spiel aus und ich nicht. Das ist der einziger Grund, warum du hier besser bist. Sonst gibt es nichts. Da auch nicht. Ist bei Mario Advance 2, war ich auch gut. Habe ich den 10-Pass durchbekommen. So gut. Ach, jetzt weiß ich. Ah, jetzt weiß ich wieder. Warum ich mich an dieses Level wieder erinnern kann. Ah, jetzt weiß ich wieder. Du musst irgendwie öfters hier springen. Von wo kommt das Riesenei? Achso, das ist Yoshi. Kannst du einfach nicht durchlaufen. Was? Warte, wenn du das jetzt noch schaffst, dann bist du das Schlimmste. Oh Mann, ey, das war so knapp, ne? Hier, bitteschön, mach's besser. Du weißt, wieso ich nicht falle. Warte, warte, ich guck jetzt. Genau 30 Sekunden. Ab. Was, 30 Sekunden? Warte, willst du mich verabschieden? Das war noch die einfache Stufe. Sei ruhig. Lass mich zufrieden hier. Ich will nur mein Spiel hier genießen, also lass mich. Ich will nur mein Spiel hier genießen, also lass mich. Nächste. Nächste. Ey, war das wirklich 30 Sekunden? Das war 20. Egal, ich hör einfach auf, dieses Spiel zu spielen oder einfach zuzugucken. Was? Ja, scheiße. Ja, ja. Stirb, 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 stirb. Ja, stirb. Stirb. Oh, man hat das extra. Minigast an mir. Ich hab's mal länger geschafft. Egal, komm, komm, komm. Du warst kurz das Ding. Warte, ich will gleich mit dem Spiel hier. Hier, mit Tastatur spielen. Wieso? Ist besser. Egal, jetzt hab ich mich da angewöhnt. Jetzt kenne ich mich aus. Dinn, 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 dinn. Jetzt komm. Überdre... Egal, ich bin noch nicht gestorben. Keine schlechte Idee, sagt ich mir. Aber man muss das einfach einsetzen. Nein, so lustig ist das nicht Die Tastatur geht auch? Nein, geht nicht Verdammt Ich hab eingestellt, dass es nie mit Tastatur ist Egal, war eine gute Idee von mir, den Stein zu benutzen Egal, guck mir mal, guck mir mal Sterb, sterb, sterb Okay, sag das, ich sag nichts, du hast bei mir auch nichts gesagt Ich weiß Lauft einfach durch, die sterben doch sowieso Oh shit Da war das Ziel Mach meinen Kontroller nicht kaputt Egal, egal Du hast, ich hab gehört, du hast draufgedrückt Brüchte, ich muss die Hab ich gar nicht Nee, du hast Hab ich gar nicht Ich hab da gehört Bitte schilder, bitte ich dich schlafen Was? Hä? Ja, diese komischen Handbewegung zu machen Ich kann das auch sehen von der Seite Tanz nicht rum Ich tanz nicht Okay, nein Das macht keinen Unterschied Nein, wir sind so Bist du behindert? Achso Mann Warte, jetzt wird's knapp Nein Jetzt zieh einfach durch Zieh durch Jetzt musst du auf diesen Stein achten, der gleich am Anfang kommt Ja, du hast geschafft Was? Du verdammter Ja, wir wollen die Bumme holen Schaffst du nicht Egal, guck mir Schau das an Ja, Bonus-Challenge Ja, ein schönes Ei ist es Ich musste gleich das wieder nochmal gucken und mich kaputt machen Wie du gestorben bist Und du versuchst unter deinem letzten Moment Ja, ich schaffst du das Ich würdest es schaffen, ne? Ja, ich hätte das geschafft Ich hätte doch fast schon gedacht, dass du es schaffen würdest Aber das war ein sehr, sehr langer Weg noch dazu Komm, mach in diesem Park noch diese Brücke Äh, nein, ich mein dieses Schloss Achso, das Oh Welches recht nie? Unten rechts Oben links Egal, du hast irgendwas bekommen wegen mir Diese Welt hasse ich schon 6-2 Die ist nicht gut Das ist cool Balken-Twist Es gibt dieses Spiel Twist Twister Den-den-den-den-den-den-den-den-den Oh, nein Das sieht schon böse aus Wieso gibt es eigentlich in diesem Spiel keine Goombas Wie immer in allen Spielen Was? Weiß nichts Die wurden noch nicht erfunden Ah, das war Spaß Weiß nichts Ich verstehe gar nicht, wie die Goombas eigentlich so stark sein können Die haben nicht mal Arme Die haben noch einen Kopf Wie essen die eigentlich? Ja, die haben noch Ähm, weiß nicht Ja, guck Eine gute Frage Ich glaube, ich frag mal Wikipedia Ich gebe da ein Goombas Essensverhalten Ich gucke, die kommen mit irgendwelchen Armen an, die sie irgendwie versteckt haben hinter Kopf oder so Goomba ist da Die gibt es hier in jedem Spiel, aber Goombas nicht Komm, mach weiter Mach schneller Ach, die Drogen Die Drogen sind wieder da Drogen sind schlecht, Leute Nicht nehmen Wer die nimmt Wer die nimmt Wer die nimmt, der ist dumm Wer trinkt das auch mehr Nein, das ist was anderes Das ist was anderes Härt er mal im Das ist was anderes Okay, Alkohol kann Alkohol kann ja Jemanden helfen für einen irgendwelchen Problemen, aber trotzdem Man darf nicht übertreiben mit dem Alkohol Also Hört auf einen Jungen, der bis er noch heute einmal getrunken hat denn 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 zweimal er zweimal aber das Geburtstag hat die Sekt hat die uns nur Sekt gegeben ja es sind doch als einmal ich meine zweimal bei irgendeiner Sache ab ich werde sowieso nicht mehr trinken Bach hat man bohrt sie so komisch gefühlt und einfach ja zugegeben nicht ich ich hab das nicht gesagt ne ja du hast auch schon getrunken ich hab ich hab gehört in Spanien ich war gar nicht in Spanien nein in Italien ich war gar nicht in Italien du warst nein doch nein was würdest du so viel machen hör auf jetzt sag dass es Spaß war sag dass es Spaß war ich hab wirklich gehört dass du sowas getrunken hast von wem keine Ahnung mehr aber ob die meinte das glaube ich ob die ist dumm er schmuggelt für andere Bier und er trinkt nicht mal er trinkt nein ich meine damals noch ach so er schmuggelt für andere aber hast du nicht getrunken nein wirklich nicht ok ich nehm es dann zurück warum solltest du ja das leben ist hart muss die ja und was ist denn hier der Sigmus man ey stimmt man kann ja Frauen benutzen um die Frust rauszulassen stimmt's muss die der beste Zuhälter in ganz Bremer du Alkoholiker ey du Alkoholiker heizmo ja jetzt siehst du das ja lustig ey zweimal nur was los und du kannst auch nicht wissen ob du Syphilis hast ja warum fragst du jetzt auf was warum ich das frage warum du Syphilis Syphilis hat und tschüss hier du hast nicht aufgeregt nein hab ich nicht hast du gerade meine Kontrolle auf den ähm nein ich hab mich geschlagen egal egal ich hab mich geschlagen du riss es zurück warum bin ich gestorben nimm deine Hände weg nimm deine Hände weg du hast mich irritiert ich hab mir das ja nicht heizmo ey ich warte sogar jetzt auf Zahn zuhören dass du vergisst haha ich hab's nicht gewusst das hast du auch nicht gewusst jetzt weißt du was guck das passiert wenn ich ich kann nur so viel Glück haben guck das passiert wenn ich spiele ok wenn es um eine Blume oder irgendwas ist dann hab ich das schon gemacht aber wenn nicht dann nichts ja man kann auch übertreiben aah din 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 die müssen sowieso bald aufhören komm noch dieses level in diesen Part und danach kann ich in Frieden was machen ich hab ich will nicht mehr mal gespielt ich hab kein Bock mehr mit 3D Steak 3D mal ist analog stick das ist immer noch 3D Steak ja da steht aber analog stick ja das ist immer noch so ach so ich geb nicht auf ich geb nicht auf mach weiter ich gewinne jetzt einfach keinen Bock mehr ich hab mir noch nicht Spaß noch über jetzt jetzt moll ist klar du hast Spaß gemacht du hast ernst gemacht und bist trotzdem gestorben ich weiß warte ich dachte ich auch wenn du nochmal stirb hm sowas kannst du nicht ich kann es noch schnell ich bin doch extra gehalten ach so denn den 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 oh ja ich sterb denn den 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 die das ist ich wollte eigentlich hier es kann bocken ja ich kann den Frust verstehen musste die gab es dann spaß haben aber richtig ist eigentlich der beste auch für alle zeiten versuchen einfach rüber zu fliegen was wir waren so nahe und sind trotzdem gestorben kann man auch noch den macht noch das schloss und dann geht man ja los gehen los geht es ist nicht mehr neu und ich will noch geld tun ja können ja noch zu dir und dann was ich habe es mich an ich habe doch nichts gesagt bisher was mit italien ja das auch jetzt will ich mal hier aus und ich alles bekomme verdammt jetzt er legt mich am sagt ja du hattest nur 1 ich hatte drei egal egal ich glaube ich nicht okay ja leute an den entgegner zwischengegner oder nicht ausgingen stegos fest stegos irgendwo kenne ich den namen stegel irgendwo kenne ich den namen stegel riesenbogen die kann man nur töten wenn man von hinten den angreifen hier oder so warte russer suchen mit den verbrennen mann mit exorcismus bei den marken hausse lausen was ha stirbt auch und jetzt kommen jetzt zu mir den gefallen oh leck mich hat ja die bei dennoch funktioniert exorcismus bei diesen buch nicht denn ja sind es auch es hat kann es hat dann es hat keinen sinn die einfach da hin zu lassen wenn da keine roten münzen sind runter mit dir ein riesen buch und so und töten wir in eifahr wenn es geht nein wir müssen es nicht wir können einfach durchziehen okay das ist irgendwie leicht macht das auch noch leicht sage ich jetzt und dann stelle ich in zehn sekunden den 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 habe ich das gemacht rassisten ich kann nicht blauer werden kann und lila werden ist nicht witzig wie bei mir warum wüsst du was ich mir gerade vorstelle was hast du dir gerade vorgestellt so ein bisschen kleckert beim essen was hä hast du gerade gesagt kleckert weiß nicht kannst du dir nochmal abschieben aber ok mit analog stick ist bisschen schwierig ja was ich weiß nicht wie ich mich gefuckt habe wo die wohnen wenigstens von wo kann da verfickt denn wir waren einfach ein ja du bist so ein nachmacher ne hihihi bestimmt würdest du da hingehen ja ich würde eigentlich da hingehen ich gebe es zu bin ein ehrlicher mensch mit einfachen zielen und bedürfnissen halt zum maul ich habe ich habe echt einfache bedürfnisse ich sag mir Frauen was ne ja du weißt du weißt bei Frauen ist bei dir anders du sagst ja dies das das muss sein nein so ich bin nicht mehr so wie früher ich bin jetzt 19 sagst du immer egal ich habe es geschafft ich habe es geschafft du weißt du siehst recht da bitte ich habe mich geändert so Naruto und so alle ändern nur zu müssen ich habe einfach die Sterne zu holen Sterne sind wichtiger als das Baby wie ein guter Schöner wie kann man das dann machen so geht das nicht so geht das nicht so geht das nicht na kannst du aber naja ich habe es geschafft du hast mich immer geopfert oder wolltest ihn opfern ok ok jetzt so weit so gut ist er nur ja lass mich los mit der also mit Eierschießen ist mit der Steuerung ist besser oder nicht ja eigentlich schon hä ok wir brauchen Schlüssel so ist da nichts was ist das was ist das achso so hast du nicht einmal einen Boss ähm der Endgegner vom ersten was wir müssen warten fick dich doch du kleine Missgestalt ich bin kein geduldiger Mensch außer bei solchen Spielen wie lange will er noch Leben machen noch ein bisschen muss ich ihn töten mach es einfach du weißt du was passiert was denn krieg ich einen Schlüssel dann von ihm ja achso so warte 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 ich brauche Eier zwischen meinen Beinen ich brauche Eier zwischen meinen Beinen heizt 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 lacht mich nicht aus ich hab ich hab was hab ich gemacht halt ja über die Sommersatz zählen warte ich jetzt wieder von vorne ah ich mach das schnell mal ok wenn du stirbst dann mach ich einen Cut ok ja Leute ich hab langsam keinen Bock mehr wir nächsten Tag einen Partner machen das ist er dann ist das auch der finale Part mit 13 Parts hab ich dann mit dem Unglückshall habe ich dann dieses Let's Play fertig bekommen Na dass es so ist Nein, Leute, ich bin das nicht, da gerade das macht. Das ist Misti. Was ist da? Geht doch, jetzt aber. Jetzt zeigt er seine Skills. Jetzt zeigt er sein türkisches Blut. Das ist mir nicht stresst. Oh shit, was macht er? Du mach einfach mich nach. Kommt voll runter, komm schon voll runter, dann kann ich nicht diese Scharade hier wenden. Machst sowieso nicht. Ich bin noch runtergefallen jetzt hier. Das stimmt doch. Es ist runtergefallen unter nicht, hab sie in den Kommentaren. Heizen, Maul. So geht das. Ich hab die, ich hab die, ich hab die, ich hab... Es gibt auch andere Wege, das zu machen, okay? Ja, Baby Mario auffahren. Ja, das machen manche auch, Eltern. Die Opfern haben für ihre Kinder, für irgendwas. In alten Kulturen haben sie ihre Kinder geopfert, für irgendwelche Gottheiten oder King Kong. Ja, das war damals. Und jetzt auch immer noch? Hast du gerade nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Ja, King Kong. King Kong. Du hast gesagt, ich mach das schnell. Jetzt mach, komm, mach schnell. Ah, mein Ohr, tut weh. Mario! Du hast einen Riesenschwanz. Wird mich verarschen? Wenn ich halt kann. Du wichst, da, du wusstest, die ganze Zeit, also... Ja, was soll ich denn machen? Soll ich denn durch den Konfer von der Hand wicken und dann... Nein, jetzt sagen. Wurzuchst du einen Mund? Wurzuchst du dir Gott die einen Mund gegeben? Nicht zum Essen und zum Blasen. Hehehe. Okay, ich nimm's zurück, ich nimm's zurück. Hab' ich auch für dich. Dann kannst du ihn hier weiter verlieren. Egal. Ohne dich bist du so gar nichts, also ist egal. Ah, jetzt hast du einen Satz anders gesagt als davor. Ohne dich bist du gar nichts. Als Maul. Wolltest du so viel haben, oder wie? Ja, das ist dir richtig egal, das zu sagen. Ja, richtige Einstellung. Und wer zu... Münzen. Ah. Komm, jetzt der Boss? Nein, noch lange nicht. Wie lange noch nicht? Wir sind gerade mal mit der Hälfte durch. Oh, das wäre jetzt lange dauert. Kein Spaß. Ach, du hast den richtigen Weg gesuchen, oder? Ja, kann man so sagen. Ich kenn das. Ich kenn das. Wusstest du, dass hier die Böwe ist? Nein. Ach so. Es gibt verschiedene Wege. Das war noch nicht unten. Links. Da unten. Links. Hm. Hm. Zusammen sein, die Blumen. Die restlichen Blumen hast du sowieso nicht gesammelt. Also die erste Blume. Ja, ist auch nicht. Das ist egal. Ich krieg so sicher keinen Blumen. Ach ja, stimmt. Dann bringt es nichts. Ratten-Action. Warum brauchst du hier einen Schlüssel? Ich weiß, ich muss aber einfach, ich weiß, ob ich hier einen Schlüssel brauche. Ich hab, ja, hierfür. Ach so. Ah, hier ist er bestimmt nicht. Also würde ich denken, weil, guck mal, das Dächtchen nebenan. Hm, okay. Wäre ja ein bisschen ungewiss. Sicherlich unten. Oder Riesenkorken. Irgendwo. Also würde ich erstmal tappen. Soll ich mal da denn durchkommen? Mit Eiern? Ach so. Und rein mit dir. Nein, reicht's? Nein, da warst du noch nicht. Nein, okay. Was ist das denn? Hier vielleicht? Oh. Hä? Springen mal Spaß. Ich sag, Gasse. Warte. Okay, ich geh mal ganz nach links. Hm. Ja, ne, mach ich noch nicht. Hier war's am Anfang. Nein, nein, nein. Guck. Würde mir nicht bekannt vorkommen. Siehst du, Doppelfeile? Das heißt, da ist das Schlüssel. Ja. Oh nein. Anwiesig. Nein, ich bin nicht rein. Warte. Oh, ich muss ihn jetzt mit diesen Eiern festmachen. Wow, ich dachte, ich hätte noch einen übrig. Ich dachte schon, du wirst es nicht schaffen. Dann ist er wieder so groß wie vorhin. Für die Glücksschicht hat der. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Und ich hoffe, du stirbst jetzt nicht. Bitte, bitte. Ach, du bist das nicht schneller? Nein, ich hab nix gesagt. Okay. Ich hab nur gesagt, ich hab nur Döner ganz leise gesagt. Mhm, 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 mhm. Fällst du so nicht dann? Ja, sehr, sehr, sehr bewusst. Ein selbstbewusster junger Kerl. Mit Ambitionen. Mit Ambitionen. Ja, sowieso. Wie geht das nochmal? Ja. Hast du? Ja? Ja, einfach so daneben stehen. Ja, ganz toll. Jetzt geht zum Boss. Mal sehen. Der Boss soll eigentlich verdammt nochmal kommen. Der kommt aber gleich, wirklich. Wir werden Cut machen. Das muss dir immer noch. Hallo. Ja, man sieht, dass es jetzt nicht war. Wieso? Das hat seine Stimme geändert. Habe ich gar nicht. Warum lieg ich auf ihn? Du kannst nix, du kannst nix beweisen. Halt zum Maul. Du kannst nix beweisen. Ey. Sondern ich weiß, dass ich das jetzt nicht mache. Was habe ich noch für Problem? Wir sollen dir gar was anderes denken. Sag, mache ich jetzt nicht ein auf Gautam. Wir sollen dir gar was anderes denken. Was? Wann langweilig jetzt? Doppelkontrie ist besser. Als dieses Spiel. Hä? Bist du dumm? Doch. Nein. Ja! Er kommt sowieso, wenn du da durchgehst, oder? Bitte komm her, bitte komm her. Geht doch. Wieso? Nee, die haben sie es ja nicht mehr kommt. Ach so. Du wolltest also, dass er kommt. Okay. Das ist bei mir Maru zu mir gelangt. Ah, hier. Er muss runterfallen. Habe ich recht? Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst. Aber jetzt ist Schluss. Du wirst hier mächtig die Pfoten verbrennen. Das ist ein Tipp. Du musst ihn verbrennen. Nein, du musst diese Teile runterfällen wegmachen. Ja, du musst es da unten. Feuer? Ja, Feuer, Lava, was auch immer. Mach doch. So, Gott. Völlig schöne Musik. Nicht darauf gehen, Mann. Ihr habt es mit dem Schlüssel noch triede. Nee, 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 nee. Nicht, dass du wirklich so weitläufig hast. Nicht, was die hier runterfährt. Hä? Na, na, na. Oh. Das includst du einfach, meine Brommer. ach so die Musik ist toll also die kommen sowieso wieder oder sehr viel Sterne mein Ohr tut weh und sollen wir haben schon 13 Minuten oder länger als 13 Minuten nur wegen dir nur wegen dir und dann Ambitionen so lang kann ich jetzt singen gemacht mehr wieso das gewonnen er gibt nicht auf er denkt an naruto das gewonnen jetzt bringen die lava was wäre eigentlich passiert wenn jetzt beide gestorben wird in den nennen sie macht man geht ja noch geht ja noch auf was ich hätte die zahlung und die genau vorgegeben werden ist was sie damit fährt ja drei leben dazu ddl und wir sehen uns das nächste mal Vielen Dank.